Pete Davidson überrascht mit einem unerwarteten Geständnis. Der Comedian verrät, dass er bei Saturday Night Live weniger verdiente, als viele denken. In einem Instagram-Video des New York Magazine sagt er, wisst ihr, was sie uns zahlen? Es sind ungefähr drei Riesen pro Folge. Sein Honorar lag demnach bei nur etwa 2840 Euro pro Episode. Mit seinem ersten Gehalt konnte er sich gerade einmal ein Abendessen leisten, scherzt Pete. Doch er ist nicht der Einzige mit dieser Erfahrung. Auch Jason Sudeikis bestätigt, man verdient nicht genug, um große Anschaffungen zu machen. Seine Miete in New York war das Größte, was er sich nach seinem ersten Jahr leisten konnte. Andere Kollegen wie Julia Louis-Dreyfus und Bone Young gönnten sich von ihrem ersten Gehalt kleine Luxusgüter. Trotz der bescheidenen Bezahlung schaffte es Pete, sich einen Namen in der Comedy-Szene zu machen. Von 2014 bis 2022 war er Teil des legendären Sketch-Comedy-Formats. Privat ist er für seine Offenheit über seine psychische Gesundheit bekannt. Er spricht offen über Depressionen und Morbus Crohn und wird so zum Sprachrohr für viele junge Menschen. Auch seine Beziehungen zu Stars wie Ariana Grande und Kim Kardashian sorgten für Aufmerksamkeit. Pete Davidson zeigt, dass Erfolg nicht immer mit hohem Verdienst beginnt. Seine Authentizität und Ehrlichkeit machen ihn bei Fans beliebt. Mit harter Arbeit und Talent hat er es geschafft, trotz niedriger Gagen in der Comedy-Welt zu glänzen.